Jo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Pikus und wir sind hier zurück bei Pottlenice mit dem David und Pinky. Hallo. Hallo. David? Ja, ich bin auch dabei. Achso. Ich dachte schon, du wärst jetzt irgendwie abgehauen. Ja! Wir haben jetzt dieses Buch da irgendwie so für so ein Rezept und sowas benutzt und damit kann man den Typen wieder zurückholen. Ich dachte, wir probieren das mal die Folge aus, oder? Gibt's keine Lust, dass das wäre. Aber vielleicht sollten wir uns erstmal dafür eine Insel kaufen, wo es keinen Schaden macht. Warte. Wo waren das nochmal? Weiß ich nicht. Irgendwo gab's doch diese Fest... War das Fingenfort? War das Fingenfort, wo die ganzen Händler waren? Ich muss nämlich da hin, wo die ganzen Händler sind und da kann ich mir eine Insel kaufen. Ja, ich hab's ja gesagt. Fingenfort. Ja, da bin ich jetzt hin. Und dann kaufe ich uns eben noch eine Insel. Wenn ihr Brudi. Finkenfort. Fährst du fort, kommst nicht wieder. Ach, schön. Hallo. Hallo. Da ist der Friseur. Da müssen wir nur eben den nochmal finden, der am Inseln verkauft hat. Ich glaube, hier war das. Ich kann auch da hängen. Ja, richtig. Da ist es. Das freie Wiesenland für 50, das macht sich doch da ganz gut. Ach, scheiße. Ich teleportiere mich. Seid ihr alle schon aufregend? Ja, äh, lo. Die Frage ist, wo war die Rüstung drin? Na, Tomolino. Ich steh's freie Wiesenland, jo hey. Jo hey, jo hey. Ach ja, ich hab mal wieder einen Caps Lock aktiviert. Wie oft machst du das eigentlich noch? Ich weiß nicht, aber bei mir ist gerade Black Screen. Man kennt schon von der letzten Folge. Letzt bei dir auf jeden Fall. Also vor vorletzten Folge oder sowas. Da hatte ich das auch schon mal. Das kann nur noch einige Sekunden dauern. Und dann ist bei mir der Blue Screen, äh, der Blue Screen sag ich schon, der Black Screen auch wieder weg. Und dann kann ich weitermachen. Geil. Oder auch gar nicht. Oder hatte ich irgendwas anderes dafür gemacht, dass der weggeht? Weiß ich nicht. Moment, ich bin kurz mit dem Task Manager reingegangen. Aber ich glaub, das war's jetzt schon tatsächlich, was ich machen musste. Moment. Ah, ich bin wieder da. Ist egal. Wenn wir jetzt wieder neu in den Weg kommen, oder? Richtig. Wo ist die eigentlich? Ah, da. Freibaldinsel, freie Wiesenlandinsel. Und dann gibt's ja noch die ganzen anderen freien Inseln. Da gibt's auch noch eine Insel, wo man hinkommt. Und da auch. Ach, da kann man da rüber. Okay. Piu, piu. So, jetzt warten wir nur noch auf meine Freundin. Dann? Dann geht's richtig ab. Ja, jetzt musst du mal warten. Ja, jetzt geht's mit der Kammfest. kämpfen morgens mittags abends wir wollen kämpfen hallo da muss herbeirufen diese monster stellen wir uns am besten irgendwo in die mitte oder und dann machen wir das aber hier so hin oder so ziehen diese lichter nicht okay mag der uns dann mag er uns nicht nein er mag uns nicht ich hab's doch gesagt aber dann kriegen wir noch eine trophäe weil ich jetzt auch voll bock hat noch mal gegen ihn zu kämpfen doch was bei mir immer noch leckt das ist der schagall meister schnell raus oh ich hänge fest ich sag ja es hängt nein er macht er jetzt gleich wieder diese komischen tötere meister den baum weg gemacht jetzt habe ich viel mehr platz noch jetzt kommen die kürte Nein, aber die sind einfach frei. Das finde ich auch nicht so geil. Alter, ich habe mich doch gerollt. Hat der jetzt wieder volles Leben? Ja, sicher. Deswegen habe ich keinen Bock darauf, weil ich kann eh nicht angreifen. Warte, ich muss erstmal mir meine Schleifsteine wieder reinmachen, sonst klappt das Ganze nicht. Sind jetzt die Hunde auch noch da oder sind die weg? Die sind direkt. Oh, nice. Bewegt ihr! Wow. Mega nice. Oh, weg da. Du bist doch voll gut zum Trainieren hier, wenn der Dude da rumstürzt. Ja, ich hasse deinen PC. Kann ich gut nachfetzen. Ja, es macht halt keinen Spaß jetzt hier gerade was zu machen, wenn ich Jens halt eh nur stirb. Nein, 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 nein. Aha. Shitty. Shitty, Shitty, Shitty. Das war lustig. Ja, das war einfach gerade zu ärgerlich. Ich bin auch zu sehen, wie der in dieses Ding reingerollt, anstatt es eben so zu räumen, weil ich gerade darauf fixiere. Runde. Ja, 1 Minute. Ein Moment. One Minute. Das war's. 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 So, bei mir sind beide weg. Nein. Der hat einen Baum weggemacht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, der hat mich gerade fast getötet. Hunde. Ja, bei mir sind diesmal keine Hunde gekommen. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Ich komme mal zu dir. Und dann geh' ich mir nicht so auf dem Platz. Hey. Das ist nicht dein Ernst. Das war's. 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 Das ist ja gekostet eigentlich. 50. 50 nur. Ja. Oder Wahnsinn. Wahnsinn. Ich dachte irgendwie 1000 oder so was. Ich muss jetzt erstmal noch ein zweite Trophäe auflegen. Da ist doch gar nicht mal hin. Mach die doch auf die andere Seite bei David. An die Fenster. Ich will nur wissen, ob die krasser aussieht. Auf die andere Seite. Wir können die auch hier hin tun. Über unsere Dudes da. Aber gut, ich tu sie auf die andere Seite. Wenn du das sagst, dann mach ich das. Dann meinst du hier, oder? Ne? Da hinkt's jetzt. Sehr schön. Haben wir da wieder easy gemacht. Hallo. Wollt mal Hallo sagen. Hallo. Ähm, was gibt's denn sonst noch zu tun? Asteroideneinschlag. Geil, Mann. Richtig coole Mission. Könnt ihr mal schauen, ob ihr... Ja. ...für euer Dings Seide braucht, für eure neue Rüstung. Kann gut sein, weiß ich nicht. Wie sollst du schauen? Sagst du einen Sonnen? Ein riesiger Asteroid ist auf dieser Insel eingeschlagen. Nice. Da gehen wir gleich hin. Ah, Caps Lock. Ja, ich merk's. Oh, ist schon wieder... Black Screen. Ich muss wieder kurz Task Manager starten. Ah, nice. Portionights Excel funktioniert nicht mehr. Ja, gut. Ich muss Portionights eben schließen. Online-System Fehler. Die Spielsitzung wurde unterbrochen. Ja, ist jetzt nicht so nice, ne? Ich hoffe bloß, der hat's gespeichert. Ja, wäre schon ärgerlich. Aber wir sehen uns ansonsten in der nächsten Folge wieder. Ich weiß, die ist jetzt nur 17,53 Minuten lang. Also jetzt 18 Minuten, weil wir da quatschen ja noch ein bisschen bei Black Screen, ne? So muss das sein. Nein, aber ich denke, das kann man schon mal machen. Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Haut rein. Und ciao.